Hallo und herzlich willkommen. Ich bin die Muriel von Peppermint Pie, einem neuen Geschäft für Rockabilly Mode in München. Ein wunderbares beige-grün kariertes Kleid für den Alltag. Ob ins Büro oder zum Einkaufsbummel, dieses Kleid bietet sich für jede Gelegenheit an. In der Hand hält die junge Dame eine edle, dunkelrote Lackledertasche. So gestylt kann es dann auch schon losgehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like oder ein Abo da. Oder kommt uns einfach mal besuchen. Wir würden uns sehr freuen.